Musik Hallo und willkommen zu diesem Video aus meinem Gap hier in Australien. Nachdem wir in Calgary und am Shark Bay waren, sind wir weiter in Richtung Norden gefahren. Und so langsam haben sich da die Fahrstrecken auch so ein bisschen eingefühlt wie in der Nallavorebene, weil wir da unter anderem auch so drei bis vier Stunden gefahren sind und nichts gesehen haben. Umso mehr haben wir uns gefreut, als wir dann in Carnarvon waren. Das ist auch eine größere Stadt und so ein kleines bisschen so eine grüne Oase in dem sonst eher roten Sand. Und ja, das ist unter Backpackern bekannt, weil es da nämlich einige Farms gibt und dann je nach Saison immer recht viel Arbeit auch gibt. Dann sind wir auch den Fruit Loop abgefahren. Das heißt wirklich so, es ist tatsächlich einfach so eine Strecke, wo ganz viele Farms auf einmal sind, verkaufen nämlich ein paar Sachen von ihrer Ernte. Wir waren jetzt nicht in der richtigen Saison da, aber ein Laden hatte trotzdem recht viel im Angebot. Und dann haben wir so coole Sachen wie eine Horned Cucumber gekauft, die ich davor noch nie gesehen hatte. Die war sehr lecker. Dann hatten wir Rockmelon und wofür Cannabin auch bekannt ist, sind die Bananen. Ich glaube, es ist einer der wenigen Ort in West-Oskalen, wo Bananen angepflanzt werden. Das war auch cool. Und wir haben das erste Mal Mangos von einem Baum geerntet. Das war ein cooles Bananen. Und dann sind wir nämlich schon. so langsam zum nächsten Highlight gekommen. Ich meine, die letzten National Parks in West-Oskalen waren ja schon ziemlich beeindruckend. Aber da war wirklich eins unserer Highlights. Ja, weil wir nämlich zum Ningaloo Reef gekommen sind. Wenn man vom Süden kommt, ist der erste Ort, den man erreicht, Coral Bay. Und das ist auch schon einer der besten Spots, würde ich behaupten. Generell das Tolle am Ningaloo Reef ist ja, dass man das Riff vom Strand aus direkt erreichen kann. Jetzt im Vergleich zum Great Barrier Reef. Und das Ningaloo Reef ist auch irgendwie nicht so bekannt wie das Great Barrier Reef. Obwohl wir persönlich das jetzt schon auch fast beeindruckender fanden. Ja, in Coral Bay kann man wie gesagt vom Strand aus direkt rein. Und ja, wir waren wirklich begeistert, da zu schnorcheln. Und vor allen Dingen, weil wir so viele coole Tiere gesehen haben. Natürlich die verschiedensten Fische, aber auch Haie und Meeresschildkröten. Da waren wir nämlich gerade zur passenden Saison da. Ich glaube, das ist nämlich so im März. Und wir haben auch Blue Spotted Rays gesehen. Am nächsten Tag sind wir dann nämlich durch Exmouth eigentlich direkt durchgefahren. Und weiter zum Cape Range National Park. Das ist der Hauptnationalpark, um an das Ningaloo Reef zu kommen. Und da haben wir dann auch vier Tage verbracht, weil es einfach so genial war. Aber es gibt auch so viele verschiedene Spots, an denen man schnorcheln kann. Also eigentlich von jedem Strand oder jeder Bucht aus kann man da schnorcheln. Und jeder hat irgendeine andere Eigenschaft. Also vor allen Dingen von den Korallen her, die dann jeweils anders sind. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Tiere. Es gab zum Beispiel das bekannteste, das ist Turquoise Bay. Da haben wir ganz viele Meeresschildkröten gesehen. Und es war am ähnlichsten wie Coral Bay. Dann gab es aber zum Beispiel auch die Oystersteaks, die dafür bekannt sind, dass da Korallen sind, die so ein bisschen tellerförmig und auch so tellersenförmig aufgebaut sind. Dann gibt es noch Lakeside, was auch ein sehr cooles Schnorchelgebiet ist, wo gar nicht so viele Leute sind. Aber da war es besonders, dass die Korallen eher einzeln gewachsen sind. Und in den verschiedensten Formen. Und auch so richtig große Kugeln zum Beispiel. Und da haben wir einmal einen richtig großen Wochen gesehen. Also ich vermute, es war ein Stingray. Der hatte so eine Spannweite und ist da so richtig majestätisch lang geschwommen. Das war echt cool. Und unter so auch einer großen tellerförmigen Koralle haben wir da einfach so einen riesen Fisch gesehen. Ich weiß gerade nicht mehr, was für ein Fisch. Aber der war auch mindestens so einen Meter lang und hat da einfach gechillt. Das war echt beeindruckend. Ich weiß gerade nicht mehr, was für ein Fisch. Wir haben auch noch Osprey Bay und ein ziemlich cooler Spot, Korajong Beach, an dem wir auch gecampt haben. Weil die Campingplätze sind ja auch direkt am Strand da. Und man kann auch da an jedem Strand Schnorchel hingehen. Da habe ich ein paar Aufnahmen da nämlich gemacht, die ihr jetzt sehen werdet. Das war auch richtig toll. Um ein bisschen Abwechslung von dem ganzen Schnorchel zu haben, sind wir dann auch mal ganz in den Süden vom Cape Range National Park gefahren. Und da ist nämlich Yardie Creek, was ein richtig tolles und auch beliebtes Wandergebiet ist, entlang am Fluss mit Klippen und so einer Schlucht. Und da ist nämlich Yardie Creek. So, ich dachte, ich erzähle noch was ein bisschen zu Coral Bay. Also ich habe ja tatsächlich gar keine Aufnahmen gehabt von Coral Bay, aber es lag daran, dass ich einfach ohne Kamera los bin und einfach das Schnorcheln genossen habe. Was man aber auch gemerkt hat, ist, dass die Korallen irgendwie ziemlich leblos ausgesehen haben und so ein bisschen gräulich und so, die waren echt leicht brüchig, vor allen Dingen, wenn Fische herangekommen sind, sind sie halt einfach abgefallen. Und dann dachte ich schon so, damn, das ist halt der Klimawandel und die Korallen sterben so langsam ab. Und ja, es ist auf jeden Fall Teil vom Klimawandel, dass es jetzt immer häufiger passieren wird. Aber in dem Fall war es, weil das Coral Spawning Event 2022, also das Jahr davor, ein bisschen doof gelaufen ist, weil es da unüblich heiß war. Aber es war sehr windstill und es gab recht hohe Flut anscheinend. Und dadurch ist der ganze neue Coral Spawn irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Ja, hingen dann da fest und es gab auch insgesamt zu wenig Sauerstoff. Ja, und dass einfach einige Korallen abgestorben sind. Das sollte sich beim nächsten Spawning Event dann wieder regenerieren. Aber ja, das war schon krass und man hat halt gemerkt, so ein Korallensystem ist ein sehr fragiles Ökosystem. Aber ja, das war das Einzige, was wir gesehen haben. Die anderen Korallenriffe waren wirklich am Thriven und so schön. Also lasst euch nicht davon abhalten. Und vielleicht ist es inzwischen schon besser. Ja, das war schon besser. Nach unserem Schnorchelurlaub sind wir dann wieder ein bisschen ins Landesinnere gefahren. Bis Karratha kam dann erstmal nicht mehr ganz so viel auf der Strecke, aber man hat dafür so gesehen, wie sich allmählich die Landschaft geändert hat. Man hat nämlich ganz viele so, ich würde es als Schottscherhügel bezeichnen und dazwischen ist Spinifex gewachsen, also dieses stachelige Gras, das nur so Kugeln wächst. In Karratha selbst waren wir nur kurz, weil der National Park im Norden davon gesperrt war, also sind wir da erst gar nicht hingefahren. Dafür sind wir weiter Richtung Süden zum Mystery in Chichester National Park und wow, der war auch nochmal richtig toll. Eben mit der Landschaft, die ich gerade beschrieben habe und dann gibt es da einige Swimming Halls. Das bekannteste ist wahrscheinlich der Python Pool und da waren wir sogar an zwei Tagen, weil wir einmal abends da waren, in der Nähe gecampt haben und dann am nächsten Tag nochmal hingegangen sind und dann den ganzen Pool auch für uns selbst hatten. Ich glaube, wir können auch ein paar Mal sehen, dass wir hier in der Nähe geplant sind. Ich glaube, wir können auch ein paar Mal sehen, dass wir hier in der Nähe geplant sind. Wir haben uns dann eigentlich alle Highlights in Karrantini National Park angeschaut, deshalb werde ich die jetzt auch nicht im Detail erwähnen, da ich eh keine Videos dazu habe. Eine witzige Sache, die ich noch erwähnen sollte, ist nämlich, dass als wir zu den Kalamina Falls gefahren sind, dann da schwimmen waren und wieder zurückgekommen sind, irgendwie unser Auto so ein bisschen schief da stand und wir feststellen mussten, dass wir einen Platten hatten. Das musste ja irgendwann passieren, nachdem wir über so viele Gravel Roads gefahren sind, aber wir hatten das Glück, dass wir Ersatzreifen hatten und montieren konnten und dann auch wieder weiterfahren konnten. Es hätte echt blöder laufen können, wenn wir gar nichts gehabt hätten, hätten wir nämlich nicht mal ein Handy empfangen gehabt und es ist niemand vorbeigekommen in der Zeit, in der wir da rumstanden. Am nächsten Tag waren wir dann beim wahrscheinlich coolsten und auch beliebtesten Spot von Karrantini National Park, nämlich in der Dales Gorge, da ist auch der Hauptcampingplatz in der Nähe. Und ja, da sind wir auch einmal durchgewandert bis nach hinten zum Fernpool und das war wirklich so, ich weiß nicht, so ein magischer Spot einfach, das war so toll. Noch eine Sache, wir haben in dem National Park das erste Mal Dingos gesehen, aber der Kollege war uns zum Glück auch ganz friedlich gesinnt, weil das kann auch gar nicht mal so spaßig werden, wenn man die trifft. Musik 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 Von da aus sind wir nochmal zu einem echt coolen Streckenabschnitt gekommen, auf dem auch gar nicht mehr so viel los war und der vor allen Dingen sehr heiß war. Es wurde wirklich, wie gesagt, die Wetter natürlich gekommen sind immer heißer und es war schwierig, wenn wir so viel auf der Straße waren und nicht so viel Schutz hatten. Aber wir waren da einmal beim Cape Carodon und das war auch richtig besonders irgendwie. Also da sah es auch nirgendwo anders so aus wie dort. Das war cool und wir waren am 80 Mile Beach. Das war auch eine gute Abwechslung, aber man durfte leider nicht ins Wasser, weil wir ab da nämlich im Croc-Gebiet waren und da vor kurzem ein Krokodil-Gesicht geworden ist. Und außerdem ein paar Quallen im Wasser waren, denen man auch lieber nicht begegnen möchte. Aber da gab es eine Dusche. Also war auch eine gute Abkühlung. Zu dem Zeitpunkt, was übrigens schon so heißt, dass wir unseren Tee nicht mehr kochen mussten, sondern wir haben einfach Wasser in der Plastikflasche gefüllt, den Teebeutel rein und uns ein bisschen liegen lassen. Nur mal um so eine Skala zu haben, wie heiß es war. Umso mehr haben wir uns dann darauf gefreut, endlich bald in Bloom zu sein. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch mal so nachgeguckt, wie es eigentlich so um die Straßen steht, was man in Australien generell machen sollte, also den Zustand der Straßen. Für Westaustralien gibt es da zum Beispiel eine Extra-Seite, wo man halt schauen kann, welche Straßen gesperrt sind und wie der Zustand so ist. Weil wir noch in der Wet Season waren, heißt da kann es schon oft zu Überflutungen kommen und dass die Straßen dann auch erstmal nicht befahrbar sind, vor allen Dingen nicht für normale Autos. Wir hatten ja zum Glück einen 4-Wheel-Drive. Und da ist mir dann aufgefallen, dass da ziemlich viel Rot auf der Karte ist, vor allen Dingen nach Bloom. Und wir mussten realisieren, dass nach den Fluten, die ja da im Dezember und Januar noch waren in den Kimberlees, der ganze Highway weggeschwemmt worden ist. Wir wussten erstmal nicht, wie lange wir dann da nicht weiterkommen werden, weil das der einzige Weg war, weil die Gipper Road noch gesperrt war. Aber wir haben uns trotzdem erstmal sehr auf Bloom gefreut. Und wenn ihr wissen wollt, wie es dann nämlich weitergegangen ist, könnt ihr euch schon mal aufs nächste Video freuen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.